Fäst du was an, hast du Probleme. Oh Mann. Es ist nicht immer nur perfekt. Nein, es geht auch viel schief. So, lieber Alex, kleines Update hier zur Südkante. Wir haben hier ein riesen Problem. Die Fläche auf der Westseite ist zu tief. Wir haben diese Mauerkante auf die Bordsteinkante an dem Steinbeet ausgerichtet und drei Zentimeter abgesenkt. Also nicht viel, damit es hier möglichst eben wird. Und jetzt stellen wir fest, dass wir hier in der Mitte so viel zu tief sind. Hier, das fehlt uns. So ein Mist. Ja, das ist natürlich total gruselig. Wir hätten die vielleicht noch ein bisschen tiefer setzen können, aber wir wollten es halt nicht zu tief setzen. Ich habe da jetzt schon mal wegen der Bewässerungsanlage eine Reihe hochgenommen. Und jetzt haben wir nochmal eine schnelle Firma engagiert, die mit einem Sodenschneider, seht ihr gleich, wie das funktioniert, einem Sodenschneider hier diese Fläche bis zur Mitte einmal abschält. Dann rollen wir die Grassoden auf, packen sie zur Seite. Dann kommt wieder der Mutterboden drauf. Und dann haben wir hoffentlich hier die Fläche hoch genug. Ja, so entstehen die kleinen Dramen hier bei uns. Genau. Genau. Musik 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 abgerissen? ja war schon abgerissen. wir müssen bloß merken, dass was ist. riech sie doch ans ende hin. riech sie doch da einfach ans ende hin. hinten hinter. hier? in diesem, genau. oh scheiße. da steht nur still. da steht nur einer. das thema ist bodenunebenheiten ausgleichen. bodenunebenheiten ausgleichen haben mich schon viele gefragt. die kann man das am besten machen. wir haben ja hier bestimmt vier, fünf zentimeter, die wir anheben müssen. und außerdem wäre das jetzt kein guter übergang gewesen hier zu dem neuen bereich. also haben wir gedacht, schälen wir ab. schön, ne? schön abschälen. aufrollen wie rollrasen. hier aufbauen den mutterboden und dann die rollen wieder schön ganz glatt rüber nehmen. aber ich bin jetzt schon der festen überzeugung, das wird überhaupt nicht eben und glatt. wir können zwar anheben, ja, dann haben wir auch wieder ein bisschen gras hier. wir werden viele lücken behalten. mal gucken, wie wir überhaupt hinkommen. vielleicht wird es hier ein bisschen breiter sein. so, also erstens den boden aufbauen mit sand. zwei zentimeter maximal, vielleicht drei, aber das gras darf heute nicht bedeckt werden. dann abschälen und dafür dann wieder auflegen. das war die idee hier. die dritte methode ist natürlich kaputt fräsen, wie wir es da ja gemacht haben. neuen mutterboden raus, neu säen. wäre jetzt vielleicht hier auch die bessere methode. schreibt mal in die kommentare eure meinung. fässt du was an, hast du probleme. oh man, es ist nicht immer nur perfekt. nein, es geht auch viel schief. alles für die südkante. oh man ey, es ist april. wer macht was er will. oh, schrotz. ich hin. Musik So lieber Radwix, Sodenschneiden um die Rasenfläche anzuheben, das war die Idee. Das hat nicht funktioniert. Warum nicht? Es lag am Sodenschneider. Die hat das vorher schon gesagt, dass er nicht ganz in Ordnung ist. Und zwar das untere Messer, was ja so hin und her bewegt wird. Das wird so hin und her bewegt, das untere Messer. Mal so vorwärts, rückwärts. Und damit hackt er so diese Sode ab von der Rasen. Oder schält so die Sode ab. Und dieses Messer hatte eine Wölbung in der Mitte, nach oben. Und deswegen sind alle Sode in der Mitte so ein bisschen gewölbt. Und das sieht man jetzt hier. Ich habe jetzt überall solche Rinnen hier in der Fläche. Das konnten wir nicht gut ausgleichen. Und außerdem ist doch tatsächlich hier die Grasnarbe relativ leicht zerrissen. Also es war keine wirkliche Verzahnung in der Grasnarbe durch die Wurzeln. Und das hat die Sache unglaublich erschwert. Mit dem neuen Sodenschneider. Vielleicht ist das Messer auch nicht ganz scharf gewesen. Man sieht also auf den Videos, ich habe mir das ja extra mal wieder angeguckt, wie der Sodenschneider doch eine Menge reißt, auch an den Seiten. Also vielleicht war das Messer auch insgesamt nicht mehr scharf genug. Also ja, darauf muss man anscheinend achten. Wir haben jetzt das Problem, dass wir halt hier Wellen drin haben. Das sieht man jetzt nicht so doll. Aber wir müssen hier jetzt absanden, um die Fläche wieder zu glätten. Also für meinen Spindelmäher ist das jetzt nicht mehr optimal. Aber sie ist angehoben. Das war das Ziel. Wir haben jetzt hier zumindest hier schön ein Niveau. Das werdet ihr alles in den nächsten Videos noch sehen. Soweit dieses kurze Video zum Thema Sodenschneiden und Boden anheben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ai-Media. Tschüssi. fal impacto Bis zum nächsten Mal.